Im Sommer 2003 war die 1942 im rumänischen Reschica erbaute 131 060 erstmals beim VVM am Schönberger Strand zu Gast. Wir sehen sie hier im Rahmen des Sommerfestes am 19. Juli. Ein Personenzug nach Föhnberg, Abfahrt 15.30, ebenfalls von Leis 2. Am selben Bahnsteig gegenüber befindet sich die Funkgrube. Dort gibt es Rädenbahn-Sovidias und Videos und vieles mehr lassen Sie sich erwischen. Außerdem wartet es im Rahmen des Lebens. Die Lok wurde 2002 im Auftrag des deutschen Bernd Förster im Eisenbahnwerk Remaruhl neu aufgebaut und war seitdem auf vielen deutschen Strecken als Gast-Lok im Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017